WDR 2 am Sonntagmorgen mit der Stimmexpertin Eva Loschki. Was machen Frauen falsch, die mit so zarten Pieps Stimmchen sprechen oder Männer, die die Zähne nicht auseinanderkriegen? Was stimmt da nicht? Also Männer wie Frauen kriegen die Zähne nicht auseinander. Und jetzt stellen Sie sich vor, ich würde so sprechen. Ja, also guten Morgen, liebe Hörer. Und merken Sie, was jetzt passiert. Können Sie mich noch hören? Können Sie mich noch verstehen? Und wenn diese Menschen, die so sprechen, lauter werden, dann klingt das so. Kurz, Menschen, die die Zähne nicht auseinanderkriegen, die können zwar durchaus Erfolg haben, das sieht man an einem gewissen Ministerpräsidenten, aber natürlich, der Mund ist ein Klangraum. Wir haben ja vorhin gesagt, dass die Stimme das Tonstudio in der Kehle ist und unser Mund, quasi der rachende Mundraum, der ist wie so ein körpereigenes Megafon. Und wenn wir jetzt die Zähne nicht auseinanderkriegen, dann nehmen wir unseren Klang weg. Und natürlich, wenn es mir peinlich ist, wenn ich nicht wirklich weiß, was ich sagen möchte oder ob das richtig ist in der Runde, dann verschließe ich mich auch im Mund. Sie haben ein ganz schönes Bild dafür gefunden, in dem Sie nämlich die Stimme und die Rede mit dem Schiff vergleichen. Also, jedes Schiff hat doch eine Ladung. Bei der Kommunikation ist das so, die Ladung ist unsere Botschaft, unsere Message, das, was wir sagen wollen, unser Inhalt. Das Schiff, welches die Ladung von Hafen A nach Hafen B befördert, ist gebaut aus Stimme, aus der Sprechweise, ob wir mit Punkt und Komma reden und aus der Körpersprache, aus Ausstrahlung. Und Sie wissen schon, zum Beispiel so eine hässliche Stimme, das ist natürlich dann ein schwieriges Schiff. Aber jetzt kommt noch was Wesentliches hinzu. Das Schiff fährt manchmal durch ruhige Gewässer. Das heißt, wenn es uns gut geht, wenn alles glatt läuft, dann fühlen wir uns wohl, das ist ruhiges Gewässer. Aber oft schlagen die Wogen der Emotionen, des Stresses hoch. Und dann geht es darum, dass der Kapitän, also der Sprecher, sein Schiff durch diese hochschlagenden Wogen sicher von Hafen A nach Hafen B transportiert und nicht sein Schiff mit dieser großen Ladung versenkt.